Jerome Boateng kehrt doch nicht zum FC Bayern München zurück. Das wurde letzte Woche verkündet. Was hat das mit seiner Verurteilung zu tun? Werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber ich kann erklären, wie es bei der Verurteilung aussieht und wie hier der aktuelle Stand ist. Was hat denn das Bayerische Oberste Landesgericht jetzt eigentlich entschieden? In erster Instanz am Amtsgericht München wurde Boateng verurteilt zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen. 60 Tagessätze klingt jetzt relativ wenig. Das summiert sich aber bei ihm auf eine Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro. Weil das Gericht einen Tagessatz in Höhe von 30.000 Euro angenommen hat. Das heißt 60 Tagessätze, 1,8 Millionen. Gegen die Entscheidung wurde Berufung eingelegt. Von Boateng und von der Staatsanwaltschaft bzw. den Nebenklägern. Am Landgericht wurde die Sache dann neu verhandelt. Am Landgericht ging die Entscheidung dann etwas anders aus. Am Landgericht wurde das Urteil in erster Instanz aufgehoben. Und Jerome Boateng wurde aber wieder verurteilt. Und diesmal zu 120 Tagessätzen. Wegen der Körperverletzungen und einer Beleidigung. Aber das Gericht hat die Tagessatzhöhe korrigiert. Wahrscheinlich, weil Boateng dann mittlerweile weniger verdiente. Die 120 Tagessätze beliefen sich dann insgesamt auf einer Geldstrafe von 1,2 Millionen. Das Gericht hat zwar die Tagessatzanzahl von 60 auf 120 erhöht, weil quasi die Straftat schlimmer beurteilt wurde. Aber der Tagessatzhöhe wurde korrigiert von 30.000 auf 10.000 Euro pro Tagessatz. Heißt 1,2 Millionen. Gegen diese Entscheidung des Landgerichts gab es jetzt nur noch ein Rechtsmittel und das ist die Revision. Das heißt, dann geht in allen anderen Bundesländern das Verfahren zum Oberlandesgericht. In Bayern speziell zum Bayerischen Obersten Landesgericht. Und dieses Gericht hat jetzt vor zwei Wochen die Entscheidung des Landgerichts München aufgehoben. Aus vielerlei Gründen. Einerseits wurde eine Befangenheitsablehnung der Verteidiger von Boateng zu Unrecht abgelehnt. Das heißt, die Verteidiger von Boateng wollten den Richter am Landgericht wegen Befangenheit ablehnen. Weil er einige Äußerungen getätigt hat, die den Eindruck erweckten, dass das Gericht voreingenommen ist. Deswegen sollte der Richter wegen Befangenheit abgelehnt werden. Und der Richter hat dann selbst entschieden, er sei nicht befangen und die Befangenheitsanträge seien unzulässig. Und eben diese Entscheidung des Richters war selbst unzulässig. Und deswegen unter anderem hat jetzt das Bayerische Oberste Landesgericht das Urteil des Landgerichts München aufgehoben. Ist vergleichsweise kompliziert, es wird noch komplizierter. Es ist nämlich so, dass auch die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägerin in Revision gegangen sind. Das heißt, auch die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägerin haben Revision eingelegt, weil bei der Körperverletzung ging es darum, dass er anscheinend irgendwie eine Kühltasche oder irgend sowas nach dem mutmaßlichen Opfer geworfen haben soll. Und diesen Wurf mit diesem Gegenstand wollte die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage behandelt haben als eine gefährliche Körperverletzung. Nämlich eine Körperverletzung mittels eines gefährlichen Gegenstandes. Und auch deswegen, in Bezug auf den Schuldspruch, hat das Bayerische Oberste Landesgericht das Urteil aufgehoben. Das hat für Boateng jetzt die Konsequenz, dass das Urteil nicht nur nach unten korrigiert werden kann. Es kann also nicht nur besser werden, wegen der Befangenheit des Richters und alles, was damit zusammenhängt, sondern das Gericht, das Landgericht München kann auch jetzt anstatt einer einfachen Körperverletzung wegen einer gefährlichen Körperverletzung verurteilen. Das würde bedeuten, sechs Monate Mindestfreiheitsstrafen. Was jetzt nicht heißt, dass Boateng in Haft muss und auch nicht heißt, dass es zwingend unbedingt eine Freiheitsstrafe werden muss. Aber gefährliche Körperverletzung wäre dann schon eine andere Hausnummer. Dann würde es wahrscheinlich richtig teuer, beziehungsweise richtig schwerwiegend werden. Dann noch ein kleiner Kommentar zu vielen Presseberichten, die sich jetzt irgendwie nicht ganz einig sind. Unschuldsvermutung, ja, nein, ist das Verfahren jetzt ausgesetzt? Was passiert jetzt eigentlich? Nein, das Verfahren ist nicht ausgesetzt, aber es gilt die Unschuldsvermutung. Jeder ist vor einem deutschen Gericht so lange unschuldig, bis er rechtskräftig verurteilt wurde. Das heißt, in Presseberichten sollte man sich zurückhalten und jetzt nicht irgendwie von einer Schuld ausgehen und irgendwelche Vorwürfe machen, die nicht konkret bewiesen sind, sondern man sollte das Urteil abwarten.